Hallo, Peter. Und ist heute Abend irgendwas Interessantes passiert? Ja, ich hab's geschafft, den Kackkrümel aus der Kloschüssel wegzupinkeln. Der, wegen dem du rumgebrüllt hast. Hat niemand angerufen oder so? Nein. Und? Bist du angesoffen genug, dass ich faulen Tony Soprano Sex haben kann? Du weißt schon, wo ich nur da liege, die Hüften ein wenig anhebe und wie ein sterbender Wahl keuche. Ich weiß nicht. Gut, nur für den Fall geh ich jetzt rauf und zieh Boxershorts und schwarze Socken an. Hältst du es denn für möglich, dass er wirklich ein außereheliches Kind hat? Ich weiß nicht, aber irgendwas stimmt nicht. Ich sag's euch, er hat mir glatt ins Gesicht gelogen. Manche Freundinnen bieten ihren Freundinnen Wein an. Ich verstehe es einfach nicht. Wir haben keine Geheimnisse in diesem Haus. Selbst das Popcorn verrät Geheimnisse. Psst. Hey, weißt du's schon? Was weiß ich? Der Popcorn-Mann in der Mall ist schwul. Aber er hat einen Sohn. Er verkauft manchmal bei ihm. Sein Sohn ist auch schwul. Die sind beide schwul. Die machen Sex-Partys auf dem Klo hinterm Stand. Ich glaub, das erfindest du nur, weil du Schlechtes über die Konkurrenz sagen willst. Du bist auch schwul. Was? Ah, du bist ein Psycho! Dad, du wirst niemals glauben, was... Chris, das sind der Popcorn-Verkäufer und sein Sohn. Pass auf. Und darum, meine lieben Freunde, sagt man, schwul wie eine Tüte Popcorn. Wir sehen uns nachher. Was? Wo willst du hin? Laser-Tag-Orientierung. Also, das war eindeutig nicht wahr. Ja, der Bursche hat die Lügeritis. Oh mein Gott, ich muss ihm folgen und rausfinden, wo er wirklich hinfährt. Gute Idee. Deine einzige Chance ist Überwachitis. Okay, ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Schnell, ich brauch dein Auto. Ach, ich weiß nicht, du bist nicht mitversichert und ich... Ein Obststrauß für Brian Griffin? Happy Birthday, Kumpel! Was zum Teufel? Peter, was machst du hier? Lois, äh, ich wollte, äh, ich bin, äh, einkaufen. Ja, ja, ich nehme dann einen großen Samen. Und toll, du hast die Weihnachtsüberraschung versaut. Peter Griffin, du sagst mir, was los ist, und zwar sofort. Okay, bitte, dann werde ich ehrlich sein. Es ist schon ewig her. Es war kurz vor unserer Hochzeit. Da war ich knapp bei Kasse. Um unsere Ringe zu zahlen? Nein, ich wollte meinen Analogmodem-Imitationskurs bezahlen. Wow, das ist ziemlich gut. Ich... Sie haben Post. Gut, nochmal von vorn. Du warst Samenspender? Ja, ich hatte es fast vergessen, aber gestern Abend hat mich eine Frau angerufen, die gesagt hat, sie ist meine Tochter. Das bin ich gewesen. Das war nur ein Scherzanruf. W-was? Wie kannst du mir sowas nur antun? Könnt ihr woanders weiter streiten? Ihr macht's einem schwer, fertig zu werden. Nein, streitet lauter. Nenken Sie Bitch. Aber ich verstehe nicht, wieso du heute hierher gekommen bist. Der Anruf gestern hat mich sehr erschreckt. Ich dachte, wenn ich wirklich ein Kind da draußen hab, will ich sicher sein, dass die meine Infos nicht rausgeben. Das hab ich da mal schriftlich bekommen. Warte, es tut mir leid, dass ich dich reingelegt hab, aber wenn du wirklich ein Kind da draußen hast, wär's nicht fair, wenn er oder sie dich kennenlernen darf? Ja, vielleicht hast du recht. Ich meine, vielleicht solltest du eine Einverständniserklärung unterschreiben. Okay, ja. Na gut, das tue ich. Weißt du was? Es fühlt sich schön an, was gut ist für andere zu tun. Wie damals, als ich Mentor für Kid Rock war. Okay, ich hab in diese Bierdose reingepinkelt, ohne vorbeizuzielen. Du bist bereit. Du brauchst mich jetzt nicht mehr. Werde ich dich wiedersehen, Peter? Wo auch immer ein Vater weniger wiegt als seine Tochter, werde ich da sein. Wo auch immer jemand die Fahne eines Football-Teams als Vorhang hat, werde ich da sein. Wo auch immer es einen Streit im Waffelhaus gibt, werde ich da sein. Nun geh. Die Menschen brauchen ein Konzert, zu dem sie nach dem Wasserpark gehen. Die Menschen brauchen ein Konzert. Untertitelung des ZDF, 2020